Auf der Bahn 5, Benjamin Oberhahn von der Leichelehr-Gemeinschaft Region Hallsruhe. Auf der Bahn 6, Florian Hand, SC Potsdam. Und auf der Bahn 7, Michael Schnepp, VfB, Gagenau 2001. So, während die Jungs in den Start bergehen, zweiter Versuch von Lena Holkurs. Eben Weitsprung. Die, die die Kumpel der Kumpel der Kumpel sind, nehme ich von. Dementsprung. Sie haben die Kumpel. In der Kumpel. In der Kumpel. Die, die die Kumpel. Die, die die Kumpel. Die, die die Kumpel. Vielen Dank. Ihre Bestleistung von heute, Saisonbestleistung von hier nicht bald 55 Meter, 61 Meter. Und die Beispielerinnen fahren mit der Unterstützung, in diesem Fall ist das Xenia Knazze. Die führt immer noch mit 6,19 Meter, ihr zweiter Versuch, wir schauen kurz auf die Bahn. Auf den ersten Mütter gerade gesehen, 52, 36, Felix Bahns, NG, NK1. An zweiter Stelle da, Jürgen Hans, auf den ersten Sehen, Potsdam.